Asozian Ja, da war's, da war's, da war's Ja, 73, 27 oder so, jetzt wahrscheinlich schon 80, 40 oder so Jetzt 130 Ich finde das assi, dass der getraubt mit seiner Mähden ganz schießen kann Oh, er ist jetzt G2, oh, warte, jetzt ist er A1 Ah ja, jetzt ist er schon D5 Ja, so ein Kack Aber jetzt habe ich auch gleich keine Schiffen mehr Was? Sagen wir, du kannst doch draufhacken, wie du Boss hast, das ist nicht geil Ja Ja, wie machen wir's, denn wir verzeichritten, oder? Man müsste mal versuchen, mit Hedgehogs, wenn er getaucht ist, angehen wird Was ist auf der E-Linie? Hä? Auf der E-Linie, wie sieht's da aus? Da ist auch ein, äh, Wettbewerb Ja, von Vorräumen laufen Ja, ich habe nur noch 2 BWs Was? Ja, ich, Okto, was macht das eigentlich noch Sinn, einen Hafen zu holen? Wenn man Fe so assoziat ist, dann die problemlos wieder abnehmen können Kann ich mit der H41 kommen?